Wir befinden uns mitten im Zeitalter der Digitalisierung, doch die Strukturen und Arbeitsweisen in Organisationen erscheinen oft noch wie aus einer anderen Zeit. New Work steht zwar meist oben auf der Agenda, kommt aber oft nicht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Die Umwelt von Unternehmen verändert sich rasant, unter Druck innovativ und handlungsfähig zu bleiben steigt. Gleichzeitig wird deutlich, für Innovation und schnelles Handeln braucht es flexible Strukturen und vor allem flexibles Denken. Neue Arbeit passt nicht in alte Muster. Unsere Tandemploy Software unterstützt Firmen dabei ihre Strukturen und Arbeitsmodelle ins digitale Zeitalter zu bringen und macht sie damit fit für ihre ganz eigene digitale Transformation. Sie flexibilisiert Unternehmen von innen heraus und nutzt dabei den stärksten Hebel, den sie haben, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Tandemploy Matching vernetzt genau die richtigen Menschen und das Wissen innerhalb einer Firma, öffnet Silos, verbindet Wissensinseln und lässt dadurch neue Räume entstehen. Für Ideen, für Mitgestaltung und für gemeinsame Veränderung. Am Ende geht alles anders, auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Die Art und Weise, wie wir unsere Unternehmen für die Zukunft der Arbeit wappnen, die heute beginnt. Und die Art und Weise, wie wir Software zum Leben erwecken. Wissen, die Glectek-Kontrolle ist? Wissen, die Glectek-Kontrolle ist? Wir müssen oft keine Glectek-Kontrolle veränderung, sondern nur